Aber geben Sie unser Land Besen rein, das wäre nett und jetzt können Sie gehen. Vielen Dank. Vielen Dank Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Ich muss mich entschuldigen, ich habe gar keine Rede vorbereitet. Ich habe die Redezeit nur beantragt, weil sie sonst an Udo Vogt von der NPD gefallen wäre. Und ich, Moment, lassen Sie mich ausreden. Und ich verachte Kleinparteien unter 1%, unseriöse Kleinparteien unter 1%. Insofern möchte ich gar nicht viel sagen. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen, hier beim Abschied von Helmut Kohl. Jetzt sehen wir uns bei Ihrem Abschied. Ich möchte Ihnen auf den Weg geben, Sie werden mir immer sympathischer, je mehr ich Leute sehe, die Ihnen in der CDU folgen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie gehen, übergeben Sie unser Land Besen rein. Das wäre nett und jetzt können Sie gehen. Vielen Dank. Vielen Dank.